Ich bitte jetzt die Preisparte in unserer nächsten Kategorie zu mir auf die Bühne und zwar für den besten Dokumentar- oder Essayfilm. Sie ist Teddy-Gewinnerin und sitzt in der diesjährigen Berlinale-Jury. Herzlich Willkommen Mitra Farahani. Farahani, Entschuldigung. Aber der Jürgen darf das heute, glaube ich. Hello. And before we start, we're gonna have a look at the nominees. Hier sind die nominierten Filme in der Kategorie Dokumentar oder bester Essayfilm. Sie wollen also Lehrer werden? Ja. Volksbildhausen. So, ja. Ich sehe gerade, Sie sind gar noch nicht gewählt. Hm. Herr Ostertag, schauen Sie sich bitte die Fotos genau an. Bleibt selbstverständlich alles unter uns. Der da zum Beispiel. Und der? Spassig. Er sagt, Sie seien seine feste Freunde. Und Sie kennen ihn nicht? Ja. 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 Notte, senza riscaldamento. Notate i due pezzi di lana grossa in jersey a cannelloni? E tutto punto a giorno. Ma è davvero tutto punto a giorno? Punto e basta! Che maniera! Il fascismo ne mandò molti a lavorare a carbonia. Meno carbone, minatori più stanchi. Oggi tutto sommato, se la passano meglio. Buffi, grotteschi, ripugnanti. Una cosa è certa, sotto le loro mossuzze, si nasconde la tragica realtà del pick-up. Cioè la prostituzione maschile. Buonsoir. Buonsoir, M. Delanoi. Ça fait plaisir de vous voir ici. The winner for the best documentary film is Der Kreis. Stefan Rauh, herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch. Und Stefan hat es schon gemerkt, bevor du den Preis bekommst, schauen wir erst nochmal in deinen Film rein. Bitteschön, der Kreis. Was soll das eigentlich alles? Was habe ich gemacht? Sie wissen sicher, dass wir den dritten Homomord noch nicht aufgeklärt haben, oder? Dann hat er noch nicht gesagt, oh ja, verdächtigen Sie mich als Mörder. Und das war schon zu viel. Und dann hat er nur einen Weg gemacht und die beiden Polizisten sind hinter mich gestanden und hat meinen Dern hinteren aufgezogen. Ja, zack, weisst du, dass so gegangen ist, hat es auch nicht wehten. Und ich habe leider ein Geiss abgelassen. Dann hat mir noch einen Pfust reingeschlagen und bin mit dem Kopf an die Wand und der hat sich nicht losgelegt. Ich bin dann einfach so gesehen, wie ein Schraubstock. Und dann sagt sie, ja, wissen Sie, wenn Sie meinen, Sie müssen die Stempel näher machen, wir behalten Sie da, wir haben das Recht, wir können Sie 24 Stunden da im Keller und einschliessen und wir läuten dann morgen in die Schule an, morgen und sagen, wo Sie sind und warum Sie nicht in die Schule kommen. Dann habe ich gewusst, aha, du wirst erpresst von der Polizei. Und dann hat er gesagt, jetzt müssen Sie mir die Finger abdrücken. Und dann habe ich wieder gesagt, nein, das mache ich ja nicht. Zack, sind die wieder da gewesen. Und es war die gleiche Prozedur wohl gewesen. So, since 2002 that I was here, there's a lot of things changed, except my English. So, I will read for you the request of the juries. The circle, the film, that reflects on personal queer histories in mid 20th century Switzerland bring to light the necessity and urgency to resist and engage with homophobia as it proliferate around the planet. Great. Das ist wohl etwa das Beste, was uns hätte passieren können. Vor genau vier Wochen sahen wir den fertigen Film zum ersten Mal, kam die Einladung in letzter Sekunde an die Berlinale, für die wir uns ganz herzlich bedanken. Und heute gewinnen wir diesen Preis, der uns natürlich extrem freut und ehrt. Ganz herzlichen Dank. Ich selber möchte mich an erster Stelle ganz herzlich bei den beiden Produzenten bedanken, die mich vor etwa sieben Jahren angefragt haben für dieses Projekt. Und die sich nicht lange überlegt haben, ob es dafür einen queeren Regisseur braucht oder einen sehr queeren oder einen halb oder unqueeren oder wie man das sagen soll, sondern einfach gedacht haben, mit dem könnte es gut kommen. Und ich sende auch ganz herzliche Grüße, muss ich schon aufhören. Ich weiß so nichts, und jetzt heute zum ersten Mal. Ich sende ganz herzliche Grüße, trotz der Musik oder mit der Musik, auch in die Schweiz, nach Zürich, wo meine Familie vor dem Monitor sitzt vielleicht, vor dem Computer, um den Livestream zu sehen, meine Frau und meine vier Kinder da. Sie wollten eigentlich mitkommen, aber das war nicht möglich. Und da ja heute Valentinstag ist, ist das die absolut beste Gelegenheit, um Ernst und Röbi auch hier nach vorne zu bitten und ihre beiden Darsteller im Film, Matthias und Sven. Bitte kommt doch schnell hoch. Vielen Dank. Es war für uns ein riesengroßes Geschenk. Vielen Dank, Röbi und Ernst, wie sehr ihr uns an eurer Geschichte habt teilhaben lassen, wie offen ihr damit umgegangen seid. Wir haben tiefen Respekt davor. Und ich bedanke mich genauso bei Sven und Matthias, die mit so viel Hingabe versucht haben, in diese Leben reinzukriechen und uns das Geschenk dieses Films gemacht haben. Herzlichen Glückwunsch. Herzlichen Glückwunsch.